Keine Sorge, wir machen noch einen Greed-Mode-Run, aber Wir machen erst noch eine Challenge. Wir haben noch zwei offen, auf Guardian habe ich keinen Bock, Blue Bomber ist kacke, Have a Heart Ich probiere jetzt mal kurz beide Have a Heart ist halt kacke, denn bei Have a Heart droppt im gesamten Run Nix Nix Du hast Du hast eigentlich, also alle 13 Gegner kriegst du durch deine Fledermaus ein halbes Herz Hammer, Hammer, es gibt Geld Das ist alles, du musst das ganze Spiel eigentlich einfach nur spielen, runterspielen Ohne Schaden zu nehmen Das ist an sich ja nicht schlimm Aber dadurch, dass du keine Itemräume hast Eieieiei Ist das gar nicht mal so geil Alle 13 Gegner ein halbes Herz, alle 13 Gegner sich nicht treffen lassen Die Challenge ist schwer Nein Ja, ich habe mich direkt verarschen lassen Kann ich neu starten Weil, ihr seht ja auch, Herzcontainer, ich kann logischerweise dann auch keine Soul Hearts aufnehmen Oder sonst irgendwas Na, geht nicht Bist am Arsch Tja Blöd gelaufen Wow, da war ich jetzt quasi, das war gerade schon eine Nahtoderfahrung Jetzt habe ich 13 Gegner getötet Ich habe tatsächlich noch mal ein halbes Herz dazu bekommen Wenn ich jetzt von diesem Boss nicht gleich Ich meine, ich bin eh tot mit einem Hit, weil es ein Champion ist Wenn ich jetzt nicht Das absolute Über-Item kriege Vom Boss Und dann meine ich Magic Mushroom oder sowas Und dann ist es vorbei Eigentlich Kannst du bei dem Boss total geil Herzenfarben, oder? Bilde ich mir das ein Oder kann ich hier eigentlich endgeil Herzenfarben Weil er immer wieder Ads nachspawnt Du musst natürlich aufpassen Gut, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät Aber eigentlich ist der Gar nicht so kacke zum Ads Zum Herzen regenerieren Erfahren Fotos an sich nicht schlecht, aber Ähm Ah doch, es gibt Atemräume hier Echt? Oh Wait a minute Es gibt hier Atemräume? Ist das so? Ich meinte in Erinnerung gehabt zu haben, dass es hier gar keine gibt Achso Dann habe ich das tatsächlich falsch in Erinnerung Ich dachte, bei dieser Challenge gibt es keine Itemräume, weshalb die so schwer ist Achso Ich fang gleich an zu sabbern Wait, what? Das ist jetzt nicht das, was ich gerade gesehen habe, oder? Das ist ein, das ist ein Troll Wissen Sie, was das geil ist? Das ist die ganzen Devil Diense quasi for free Wait, what? Fuck Leute, kommt mal runter Die Challenge ist noch nicht geschafft Noch nicht Noch nicht Ich brauche noch ein paar Herzen What? Ist der Eisegott heute auf meiner Seite, oder was? No, ich werde mich hüten Oh mein Gott Knife und Book of Blyle Jeder Boss instant down Die Challenge ist gewonnen Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht Vier Challenges waren heute noch offen Vier Und ich mach zwei Echt? Ja, ich kann immer noch den Wolf machen Deswegen sag ich ja Ihr müsst mal ruhiger werden Gib mir mehr solche Räume Da fülle ich meine Herzen auf Und das Geile ist Ich kann halt einfach Devil Deals machen Wie ein Blöder Nicht, dass ich noch irgendwelche bräuchte Aber Hey Komm, scheiß drauf Nehmen wir mit Ja Okay Wie wär's? Zwei Kreuz für fünf Fair enough Oh mein Gott Ist der Eisegott heute auf meiner Seite Ist das geil? Was? Der Abend ist doch noch jung Ist das gerade mal halb elf? Easy Wer hat denn was anderes behauptet? Holy Oh Chris Oh mein Gott Ich geh kaputt Wir kennen doch den Wolf Wenn man denkt Er schafft es nichts Geht er sich noch mit dem halben Herzen durch Oft genug vorgekommen Ich würde aber kein Geld drauf setzen Oh mein Gott Der Eisegott ist heute sowas von auf meiner Seite Wie geil ist das denn? Da ist einfach mal kackendreißer scheiß Knife Im zweiten Itemraum Tja, easy die Challenge Nein, eigentlich ist es nicht Eigentlich ist es echt krass hart, schwer, aber Lol Vor allem Mit den Item Mit den Itemräumen Wahnsinn Was soll's Soll ich das mit dem Cache machen Ich fasse es nicht Wie hoch ist die Chance auf zwei blaue Steine in einem Raum Ist mir noch nie Noch nie untergekommen Dass das passiert Ja, easy Sorry Ich hab jetzt genug Leben Also jetzt ist es safe Es war bis gerade nicht safe Aber jetzt ist es safe Oh The chill is real Eisegott Ja, bin auf deiner Seite Okay Danke lieber Eisegott Nicht nur für die tollen Runs Auch dafür Dankeschön Oh fuck it Komm Das Ding ist so durch Ja Give me even more money Nobody gives a shit Das ist großartig Ich hätte sogar tatsächlich nach den Devil Deals sogar Soul Hearts nehmen können Aber ich hab mich ja entschieden für das Super Bandage Das mir dann auch genug Herzen so gegeben hat Ist das der Knüller oder was So, muss ich mir nur noch überlegen Wie ich Blue Bomber Das macht keinen Unterschied Oder geht das Das steckt ja auch mit Stimmt Oh mein Gott Oh mein Oh mein Oh mein Gott Habe ich gerade wirklich Messer mit X-Tech Messer mit X-Tech Entschuldige Lasst euch das bitte nochmal auf der Zunge zu gehen Messer mit X-Tech Die wahrscheinlich stärkste Kombo Die es in diesem Spiel je gegeben hat Wow 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 Die Challenge geht gerade mal bis It lives Wait What Ganz ehrlich X-Tech ist sogar noch stärker als das Messer Wisst ihr das eigentlich Das ist lächerlich oder Also zugegebenermaßen Das ist schon ein bisschen lächerlich Er braucht den Splitshot Ob ich Kohle aufgenommen habe Ja weil Weil ich jetzt das Messer weit werfe Macht es mehr Schaden Was es nämlich Sonst kaum lohnenswert macht Äh Mal abgesehen davon Macht man X-Rang Laser Jetzt sogar mehr Schaden Je weiter ich das werfe Äh Je weiter Je weiter die Range In dem Teil ist Und das eskaliert viel mehr Scheiß auf Messer X-Tech Junge Tech 10 Das ist der Das ist der Shit Scheiß auf Messer Gib mir X-Tech am Anfang Und äh Ich bin bei 8 Minuten Mein Mega-Satan Das ist krank Das ist absolut krank Leute Ganz ehrlich Ihr kommt mir wirklich gerade Mit Messer Und X-Tech Mit Damage down Really? Really? Bitte Macht euch Nicht lächerlich Also Mehr gelaufen Kann ein Runny sein Hi Mom Hi Mom Okay Ich konzentriere mich zu sehr Auf X-Tech Oh ja Das fängt gut Na Wo ist die Mama? Guck mal Ganz ehrlich X-Tech ist so OP Krass Es geht eh noch Bis it lives Ich weiß Dass es ein Damage down ist Ich weiß es Aber es ist egal Es spielt Keine Rolle mehr Huch Nein Achso Ich kann Bringt eh nichts Jetzt Wirst du Nachdenken Bringt es eh nichts Aber ich muss die Kleinen X-Tech-Teile Machen Oh Gottes Willen Das wäre beinahe eklig Das wäre beinahe eklig Oh war ja klar Oder Ich laufe in eine Sackgasse nach der anderen Jetzt wird es interessant Wenn ich jetzt die ganze Zeit falsch laufe Und hässliche Räume kommen Das Schlimme ist Wie gesagt Ich feiere X-Tech so hart Dass ich das Messer jetzt total außer Acht lasse Aber ich sollte eher mit dem Messer arbeiten Jetzt gerade in der Situation X-Tech progt ja nebenbei sowieso mit Also eigentlich ist es egal Doch man spürt den Damage down schon Man spürt den Damage down schon Aber das ist fast so egal Ehrlich jetzt Dass es halt nicht relevant ist Man spürt ihn auf jeden Fall Aber Ey wie gesagt Wenn du so eine Kombo hast Dann ist dir das echt voll egal Also zumindest für ich X-Tech merkst du es Dass du Damage down hast Weil X-Tech normal sehr viel stärker ist Aber hey Ich zerballer hier mit dem Messer Alles instant Also Who the fuck cares Guck mal Ich hab die ganze Zeit Mein scheiß Book of Belize Nicht mehr genutzt Weil ich nicht mal Es nicht mal nötig war Oh Skollex Du bist einfach so ein wahnsinnig nerviger Gegner Das weißt du aber Das ist das Schöne Du weißt es Bist du einmal draußen Zack Boom Ups War ich gar nicht So Ja Jetzt laufen wir bestimmt noch ein paar mal falsch Also du merkst es wie gesagt Für X-Tech Aber halt nicht für den Messer Fürs Messer Deswegen sag ich ja Ich bin dann normalerweise So X-Tech fixiert Dass ich Aus Gewohnheit Dann ganz gerne Nur noch mich auf X-Tech konzentriere Also auf Tech X Aber Das darfst du halt In dem Fall Musst du einfach vergessen Spielst du mit dem Messer Und die Sache ist gelaufen Und X-Tech macht halt dann noch So ein bisschen Mit Schaden Habt ihr euch aber In der Challenge 72 Münzen Ich hab nicht mehr danach gesucht Oh ehrlich Nö Nö Da muss ich zugeben Das ist mir echt zu blöd Oh Wir gehen mal unten lang So X-Tech macht auch so ein bisschen Zusatzschaden Da wo es Messer zum Beispiel Gerade nicht hinkommt Alles gut Ich hab's mir auch jetzt gerade abgewöhnt Ich geh jetzt nur noch aufs Messer Dann ist da alles andere Kein Problem mehr Wie gesagt Du musst Es ist verlockend Aber du musst dich halt dann aufs Messer konzentrieren Und X-Tech progt nebenbei So ein bisschen mit Den Raum kenne ich Oh Hier guck mal Challenge ist vorbei Blöd Schade Bild aber ist lustig Hätt ich gern weitergemacht Das war her for heart Tune your pills Das war's Das war's Das war's Das war's Jaaa Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.